Guten Morgen! Hey! Und? Ja, ja, ja! Sind heute sehr glücklich! Warte, geh mal wieder in die Medien! Oh, und mein Saft ist fertig! Dann bin ich auch sehr glücklich! So, weg damit! So, wie geht's meiner... Wie geht's meiner Käse? Gute Frage! Dann kommt mal meine Käse weg... Achso? Achso, das war der normale Käse. Warte, ich kann meine gleich wieder verkaufen. Den normalen Käse haben wir gesagt, machen wir nicht mehr. Und jetzt sicher nicht. Wieso hab ich ihn dann weggetan? Versteh ich nicht. Heute regnet es. Super. Oh! Pam! Danke, Pam! Bierchen! Oh! Hä? Hallo, Misa! In einer Woche halten wir das Sterntotal Erfolgsfest ab! Es ist die größte Veranstaltung des Jahres, die Leute vom ganzen Land her. In unser bescheidener Städtchen-Log. Dich hab ich grad irgendwie gewundert. Du kannst deinen eigenen Hofdorf präsentieren, wenn du willst. Bring einfach bis zum 9 Gegenstände mit, die am besten deine Talente widerspiegeln. Du wirst für die Qualität und vielfältigkeit deiner Auslage bewertet. Das Fest beginnt um 9. Verpasst es nicht. Bürgermeister Louis. Also in einer Woche. 9... Blablabla... In einer Woche. Hm. Genau. So. Ich hab mein Kind nicht begrüßt. Egal, dass man später nochmal, wenn's dann auch nicht schläft. Das schaut schon viel viel besser aus. Jetzt hat man hier einen besseren Überblick irgendwie. Für mich zumindest. Sind hier schon wieder so zugewachsen. So. Sehr schön. Noch ein bisschen Stroh. Können wir dann demnächst Kürbisseiern? Yay! Musste mal gesagt werden. So. Wo mach ich denn eigentlich die neue Hütte dann hin? Hm. Mal überlegen. Schau mal. Aber als erstes gucken wir mal, was wir da reinbasteln. Gut, Kohlsaft. Ach. Was will man sonst reinbasteln? Ja, demnächst können wir Kürbissecht reinbasteln. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit Kohlsaft. Das klingt doch gut, oder? Ich kann auch so essen. Ja, leider. Ansonsten hätt ich hier einfach drauflegen können. Ohne, dass ich... Ja. Dass dann so heißt so, hey, möchtest du das testen? Nö. So muss ich alles einzeln. Klicken. So. Ist da überall was dran? Ich glaub schon. Weg damit. Ein einziger. Mich. So. Hier haben wir die Hütten. Und da hinten, hab ich ja noch gesagt, könnte ich vielleicht noch eine hinbauen. Machen wir mal. Schau mal. Heute ist Dienstag. Das heißt, heute ist... Ding ist nicht da, Robin. Hä? Wenn ich mich richtig erinnere. So. Hm. Dann schauen wir trotzdem mal, ob Robin da ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wenn's regnet, ist... Wenn's regnet, wird's nass. Äh, ja. Ach ja. Den Nothol. So. Ähm. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Irgendwas sagt mir, dass ich wahrscheinlich noch mehr Holz brauche. Oder nee. Die Hütte brauchen wir ja nur... Nur Holz. Und, äh, ja. Genau. Da war ja was. Wir haben ja auch mal irgendwas kaputt gemacht. Hm. Krass, wie ordentlich das ausschaut. Hm. Oh! Es gibt Bären. Ah. Das heißt, heute könnten wir auch rumlaufen. Das wissen wir deswegen sind wahrscheinlich die Geister. Glücklich. Was heute Bären gibt zum Ernten. Oh, Wilma. Bitte, 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 mach, dass irgendwas ist, was ich brauche. Das brauche ich nicht unbedingt. Ähm. Ja. Man kann immer hoffen. Robin ist zuhause. Hallo. Ja. So. Das ist eine Slime-Farm. Das ist ja auch nicht so teuer. Nee, bitte. Leute. Bitte hier da. Schuppeln. Der passt ja hier auch hin. Soll der passiert nicht? Warum passt ja hier nicht hin? Warum passt ja hier nicht hin? Was ist denn da? Keine Ahnung. Aber hier würde hin passen. Das will ich aber nicht hier haben. So. Hier. Passt wunderbar hin. Da ist immer eins frei. Das heißt hier, dann ist eins frei, dann ist es hier. Okay. Ja, das wäre dann logisch so. Wow. Okay, ich werde morgen früh dann mit Anfang an deinem neuen Hausgebäude Schuppenhofgebäude Schuppen zu arbeiten. Super. Mach das Robin. So. Dann haben wir hier noch ein paar Bären mit. Ich finde am Anfang ist es immer am schönsten, dann mit dem ganzen neuen Zeug hier. Und dann wo man dann auch immer hochlevelt das ganze Zeug. Das ist relativ cool. Na so, jetzt hat... Für mich ist das jetzt nicht mehr so, dass ich hochleveln könnte bei irgendwelchen Sachen. Das ist ein bisschen doof. Nee, Bären bringen mir auch großartig nichts. Auch wenn sie jetzt mehr bringen als wie, ne? Hm. Bisschen doof. Ist das da oben noch Würmer? Bitte, bitte, bitte. Hallo, ich bin Würmer. Es wäre echt nett, wenn ich hier Würmer kriegen würde. Oh, das sind Würmer. Oh. Wieso habe ich nie Glück bei den Würmern? So kriege ich nie zusammen die Sammlung. So. Da habe ich nichts. Das sind auch keine Würmer. Ah, trotzdem Würmer. Ha! Habe ich Glück? Habe ich Glück? Nein. Warum frage ich eigentlich, ob ich Glück habe? Ich weiß eh, dass ich kein Glück habe. Hm. Hm. Na ja. Ja gut, hier ist nichts. Mach mal zwischenzeitlich mal unten weiter. Dann kann ich mir irgendwann gleich so ein paar Sachen mit reinwerfen. Und ja. Das ist lustig. Jetzt halt dann gleich das eine Ding fertig. Ach ja, oder machen wir dann mal meine Hüte. So, aber ich kann nicht mal noch meine Hüte voll machen. Super, oder? Na ja. So. Da kann ich nicht streicheln. Jetzt sind alle auf einem Haufen. Ist das nicht schön. So. Nein. 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 Ja. Sehr glücklich aus. Die sind auch sehr glücklich. Sie sind alle so glücklich. Glückliche Milch von glücklichen Kühen. Äh. Ja. Glückliche Milch von glücklichen Soja. Ja. Ja. Egal. Meine Gedanken. Das ist ein Zauber. Passt nichts mehr ins Inventar. Was soll das da? Was soll das denn für ein Saftladen? So viel Zeug im Inventar. Gut, dann gehe ich mal eben kurz. Zeug verkaufen. Ja, wie schön das ist, dass ich einfach durchlaufen kann, ohne dass ich irgendwo hängen bleibe. Ha. Was für ein schönes Gefühl. Das geht auch weg. Okay. Der Geese kommt weg. Oh. Das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Ah. Ich genieße es, hier Freiheit zu haben. So. Dann packen wir hier mal... Was haben wir drauf? Und so. Was macht das? Oh, fast nicht so viel rein. Ah. So. Tut mir leid. Dann lasse ich jetzt auch das Inventar weg. Wenn ich nichts interessantes mache. So. Eine Milch brauche ich noch. Hallo. Und wir haben hier ein Stück Wolle. Das ist eine Milch. So. Ein Stück Wolle können wir auch verarbeiten. Das war super. So. Äh. Töffel. Den können wir auch verarbeiten. Und dann mit Töffel damit rein. Sehr schön. Hier mal die ganzen Enten unten. Ne? Was halt sonst nicht so hier drin ist. Enten und Hümer. Ist. Wie Inventar voll. Ich glaube es hackt hier. So. Ach man. Steht doch nicht immer im Weg. Ihr nervt mich. So. Leck mich. So hier. Wunderbar. So. Wieder ein schönes Ei. So. Und dazu auch noch zwei. Zwei. Hier auch noch mal eins. Da auch. Ich kann mal hier streicheln. Die restlichen Blümchen. So. Sehr schön. Dann würde ich sagen. Da haben wir hier noch mal ein Ei. Genau. Dann sitzt auch noch mal ein Ei. Oder war's das dann schon? Was sind denn da? Die Eier. Sind keine Eier mehr da? Was? Hm. Da ist noch ein Ei. Das hab ich gar nicht gesehen. Na ich hab das Plus gesehen. Hier noch irgendwo was. Nö. Mit einem Ei ging's nicht. Gut. Holen wir uns noch ein Ei. So. Warte lol. Da ist noch ein Ei. Was fehlt. Susi. Was soll das denn? So. Was soll ich jetzt? Sehr schön. Ist hier schon wieder was fertig? Nö. Aber bald. Guck mal. Wie's. Warte. Ich kann das upgraden. Hä? Nö. Hä? Nö. Das so. Das ist ein anderer Stall. Und deswegen sah das so kurmisch aus. Das da. Schaut genauso aus wie das da. Genau. So. Ich hab mal erkannt. So ist das nicht gut. Da. Oh warte. Das sind Tomaten sind fertig. Die Tomaten müssen wir ernten. So. Ich will keine Tomaten essen. Wieso passt das jetzt wieder nicht mehr ins Inventar? Mein Inventar hasst mich. Ah. Naja. Gut. Dann gehen wir wieder ein bisschen was verkaufen. So. Dann gehen wir wahrscheinlich doch nicht in die Miene, weil es wahrscheinlich zeitlich wieder nicht mehr geht. Das kommt auch noch weg. So. Das wollte ich auch mitnehmen. Ja. Genau. So. Was will ich tun? Genau. Tomaten. Scheiße. Hätte ich die Tomaten auch nicht verkaufen können. Ja. 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 Ist so schön was man nicht im Kopf hat, hat man den beiden. Hm. So. Eine Tomate. Eine goldene Tomate. Super. 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 Das Französische heißt super. Oh Gott bin ich schlau. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Gut. Dann können wir hier gerade auch noch was drin. Genau. Dann können wir nämlich das Zeug auch wegbringen. Weg damit. Weg damit. So. Passt sogar noch ins Inventar. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Nach 22 Kuhle. So. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das auch. Und das auch. Und das auch. Dann. Ja. Packen wir das einfach auch mal weg. Weg. So. Hier unten drin haben wir. Alles sortiert. Super. Ähm. Die Pizza haben wir ja nicht da drin. So. Das haben wir da drin. Ansonsten. Da. Haben wir da gar nicht mehr so viel Zeug. So. Packen wir das weg. Und das kommt weg. Und das kommt weg. Und das kommt weg. Und das. Und das. Außerdem können wir nur. Das hier wegpacken. Und das hier kommt da mit rein. So. Warte was normal ist. Und das kommt da mit rein. So. Warte was normal ist. Und das. So. Sehr schön. Äh. Ja. Mein Baby. Gut. Dann gehe ich doch noch mal hier das Zeug hier mit reinlegen. Bierchen. Warum nicht? So. Dann gehen wir noch mal kurz in die Mine. Und schauen. Dass wir... Na und ah! Na und ah! Wir müssen ein paar Staubgeister erledigen können. Da heute... Oh! Wo gehe ich denn hin? Ähm. Ha ha ha! Ähm. Ja. Weil ja heute ein guter Tag ist. So. Auf Ebene 60. Verdammelt Glück! Oh hier ist aber viel Eisen. Hab ich Eisen auch gebraucht? Weiß ich nicht. Wo hatte ich trainer für Schatz? so ein ding zwei gefordert geoden warte heute war ein guter tag da hätte auch geoden aufbrechen gehen können naja ah meine stimme ist hier noch kohle drin nein aber in aquamarine weg damit da ist nichts mehr außer so ein doofes leib ein diamant ein diamant weg damit super ja und wie die federmäuse höre das sind viel zu viele federmäuse da ist nichts mehr gut so da 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 das da weg damit das kann weg das kann weg das kann weg das kann weg Das kommt hier auch rein. Das, das, das und das. Das wär's dann eigentlich hier schon. Dann kommen hier noch die Monstertrops mit rein. Sehr schön. Dann ist hier alles weg, relativ. Super! Auf ins Bett! Gute Nacht! Money! Da war ja was. Ich hab ja das verkauft. Super!